Hi Fresh Flasher Rainer und Fresh Flasher! Willkommen, wie gesagt, bei Funny Fooding, der schnellsten Frischküche der Welt. Von Road to Go in 3 bis 6 Minuten und heute wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Die Zucchini Niddy, let's fetz! Was haben wir alles Wunderschönes angekauft? Die speziellen Teigwaren, die da jetzt sofort in die Schüssel kommen, mit heißem Wasser übergossen werden und während wir schnipseln und schnetzeln, ziehen diese Teigwaren für unser Gericht eine riesen Kräutergeschichte. Einmal Gewürz, Zwiebel, Knoblauch, Wirtsgemüse, Petersilie, die Salbebutter, Käse und hier haben wir noch ein bisschen übrig von unserem letzten Bündner Spezialgericht. Das verarbeiten wir natürlich auch darunter Foodtaste No Waste. Will gelebt sein für später, für die Salbebutter? Ganz simpel. Butter, Salbeblätter, schaut nur, dass sie drüber und drunter gehen. Vorbereitet in einen Powerbag, rein das Fein, die Lasche herum, die in die offene Position durchziehen und die machen wir erst ganz zum Schluss. Wir schnipseln, was das Zeug hält. Heischerknoblauch? Bele! Die Kartoffeln in mittelgroße Würfel. Hier haben wir Gemüse, saisonal Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch. Jetzt sind wir einmal an mit unserem Spezialgewürz. Schmeckt Graubünden? Dann steht auf der Liste unser Käse. Geriebener Spezialkäse aus dem Bündnerland in rauen Mengen. Na ja, Leute, da gehts jetzt schon ans Schichten. Zwei Teigwaren, die Mitte, circa in die Mitte, eine Schicht darüber. Wir gönnen uns den Powerbag, hinein das Fein, einen Steamy in der offenen Position und schön Lasche herum, durchgezogen und ich denke mal, wir werden es fünf Minuten bei 800 Watt machen. Der Wohlklang ertönt. Schluss, den Schmaus. Jetzt Steamy schließen und schön nachziehen lassen, während unsere Salbeibutter für zwei Minuten bei 800 Watt, 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 Watt verschlecht. Salbeibutter hoffentlich ready. Wow, 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 wow. Die zeige ich euch sofort. Achtung, heißen, heißen Dampf umbrechen lassen. Hi, Rem, kommt zum Einsatz. Schaut euch das an. Puh, jawoll, fresh, 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 fresh arena. Pizzo Kirineri, ein Genuss aus Graubünden. Fantastisch! In fünf plus zwei Minuten, das, Leute, lohnt sich wirklich. Klar, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, Funny Fooding auf einen Nutzern kann ich abonnieren und dabei sein, wenn es heißt, follow to go in drei bis sechs, heute sieben Minuten und immer mit. Foodtaste, no waste. Hey, man sieht sich. Bis bald. Tschüss.